Letzte Woche explodierte ein Sprengsatz vor der US-Botschaft in La Paz, Bolivien. Zwei Marine-Botschaftswachen wurden verletzt. Zwei Tage später lieferte uns ein CIA-Informant in Bolivien diese Bilder. Unsere Analysten haben den Mann auf den Fotos als DEA-Special Agent Ricardo Ricky Sandoval identifiziert. Einen Freund von mir. Er untersucht, untersuchte, die letzten sechs Jahre die dortige Kokain-Produktion. So viel wir wissen, war Sandoval das geplante Ziel des Anschlags. Was die Bombe in der Botschaft nicht schaffte, wurde persönlich erledigt. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Unser Ziel ist die Gruppe, die für das Attentat auf die Botschaft und den Tod von Special Agent Sandoval verantwortlich ist. Die Drogenorganisation, die man Santa Blanca-Kartell nennt. Gestern waren sie nur Narcos. Heute sind es Narkoterroristen. Anfangs wehrte sich die Regierung Boliviens gegen das mexikanische Kartell. Sie bildete die Spezialeinheit Unidat. Doch es lief nicht wie geplant. Tausende von Leichen später sind Politiker, Polizisten und Journalisten vom Aussterben bedroht. Die bolivianische Regierung ist implodiert. Da ihm die Optionen ausgingen, einigte sich der neue Präsidentin Santa Blanca. Hört ihr auf, unsere Leute zu töten, dann sind wir weg. Santa Blanca hat Bolivien zu Dreh und Allgut des südamerikanischen Drogenhandels gemacht. Dank ihrer Freunde in Mexiko haben sie auch eine Pipeline in den USA und Kanada. Das Kartell lässt sich nur stoppen, indem man es zerlegt. Und zwar Stück für Stück. Santa Blanca ist in vier Abteilungen organisiert. Korruption, Schmuggel, Sicherheit und Einfluss. An der Spitze steht el Jefe de los Jefes. Boss a la Bosse. El Sueño. So, und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video einer mal etwas anderen Art hier bei mir auf dem Kanal. Und zwar zocken wir Ghost Recon Wildlands. Und wie man das hier unten ganz leicht erkennen kann in der Closed Beta Version. Denn ja, ich habe Closed Beta Zugriff bekommen, um euch das zu zeigen, wie dieses Spiel denn ist. Und ob es sich lohnt, sich das vielleicht auch zu holen. Und wir zocken nachher auch noch den Multiplayer Modus zusammen mit Yannick. Nur, ja, wir machen jetzt erstmal eine neue Kampagne. Und nur mal so als Info, dass diese Closed Beta ist jetzt seit 30 Minuten erst draußen. Also ganz frisch. Die kam um 12 Uhr. Ich versuche das Video so schnell wie möglich noch online zu bringen. Und ja, dann machen wir mal eine neue Kampagne. So. Also das, was ich von dem Spiel schon gesehen habe. Ich habe mich natürlich etwas informiert. Zwar nicht wirklich viel, um mich nicht zu spoilern. Aber ein bisschen informiert habe ich mich. Und da gucken wir jetzt mal. Haben die alle so einen Riesenbart? Nehmen wir doch mal den hier so. Zurück. Blau. Dann nehmen wir, glaube ich, lieber keinen. Das sieht nicht so super aus. Ich glaube, da kommen nachher auch noch mehr dazu. Aber momentan gibt es nur die Part zur Auswahl. Denn es ist ja, wie gesagt, immer noch die Closed Beta. Und ja, da bleiben wir beim braunen. Gesichtsdetails. Äh, ich glaube, wir müssen es nicht übertreiben, oder? So. Und dann aussehen. Na, das sieht nicht so gut aus, ne? Kleidung. Oberteile. Ne, ein Hoodie ist, glaube ich, schon gut. Und ja, schwarz, oder? Ne, so grün, so Tarnfarben-mäßig, oder? So, Weste. Schwere IBA. Obwohl das auch nicht schlecht aussieht. Naja, aber schwere IBA ist dann doch. Vielleicht in einer Farbe. Wir bringen jetzt hier schon... Ich nehme jetzt schon seit 5 Minuten auf. Nur, weil wir hier irgendwas bequatschen und den Charakter erstellen. Wir kommen natürlich auch noch zum Spielen, aber irgendwie finde ich das gut so. Hose. Naja, kein Tarnanzug. Da finde ich die aber auch gut. Steht sie... Oh, die, das finde ich so gut aus. So. Ne, wir wollen es mal nicht übertreiben. So. Ach ne, wir können hier noch mehr Kleidung. Ach ne, das hatten wir gerade. Accessoires. Ach komm. Lassen wir es doch einfach so. Es ist ja in Oli Beta, das wird ja nicht gespeichert. Und dann speichern wir mal das Ganze. Ja. Wir wollen fortsetzen. Und dann gehen wir mal ins Spiel hinein. So. Schwierigkeit. Da ich das Spielprinzip gar nicht kenne, werden wir das Ganze mal auf Rekrut machen. Da ich mir das Spiel wahrscheinlich hole und wir das dann ja nochmal machen müssen. Das ist ja jetzt ja die Beta, eine Close Beta, um das Ganze mal zu testen. Dann werde ich natürlich Veteranen nehmen. Aber ich möchte euch das jetzt vor allem zeigen. Und da möchte ich mich nicht so konzentrieren. Ich halte meine Fresse. Der tote Agent. Kannten Sie ihn? Er war ein Freund von mir. Das tut mir sehr leid. So ist der Job eben, aber das macht es auch nicht leichter. Nein. Stimmt. Sie sind wohl schon länger hier. Ich lebe als Karen Bowman, die Entwicklungshelferin mittlerweile seit etwa fünf Jahren hier. Ist ein hartes Leben, aber undercover komme ich ganz gut klar. Wenigstens haben Sie ein Heli. Wie bist du ins Land gekommen? In der Business Class von Manaus. Bin erholt und einsatzbereit. Ich kam per Anhalter von Barranco in Peru her. Was ist mit dir? Ich komme mit dem Bus aus Jujuy in Argentinien. Hab extra bis Villason durchgesoffen. Damit man mich in Ruhe lässt auf der Fahrt. Das erklärt, warum du so stinkst. Es gibt einige Gerüchte über euch. Ich war noch als Frischling in Moskau stationiert, als der Kuh abging. Es hieß, ihr werdet beteiligt gewesen. Bestimmt jemand anders. Wir waren nie da. Naja, man trifft nicht jeden Tag eine lebende Legende. Sagen Sie das mal meinem Kind. Vielleicht bringt es ja dann mal den Müll raus. Ist das nicht hart offiziell gar nichts existieren? Sagen Sie es mir, Karen Bowman, die Entwicklungshelferin. Und Sie haben sicher den ganzen furchtbaren Scheiß gesehen, zu dem Menschen fähig sind, wenn Sie nichts zu befürchten haben. Aber eins sage ich Ihnen. Egal wie sehr Sie sich abschatten, sich abhärten. Auf El Swayno. Sind Sie nicht vorbereitet. Seine Religiosität ist geradezu wahnhaft. Er hat mehrere Gelübde abgedeckt und wenn er nicht wegen Geld oder Muschis im Geschäft ist, dann wegen Macht. Wir sind in der Task Force aus CIA, DEA und JSOC. Und ich bin Ihr Agent vor Ort. Willkommen bei Operation Kingslayer. Laut Briefing ist auch ein Haufen Einheimischer dabei. Die Kataris 26. Das ist eine Gruppe Rebellen, die sich gegen Unidad und Santa Blanca zu wirrsetzt. Gleich nach der Landung treffen wir den Anführer Pakatari. Olyvian hat schon lange einen Hasse von Tienkis. Aber diesmal könnte der Feind des Feindes ein Freund sein. Seid vorsichtig. Ich werde es auch sein. Ich werde es auch sein. Vier Soldaten. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten. Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese vier werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Signora Bowman? Pakatari. Anführer der Widerstandsgruppe Katarys 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit sechs Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru? Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Katarys 26. Mehr als das. Die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leugner gibt, der es genau weiß. Ich werde die ASA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Jagd. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können. So, da bin ich auch wieder. Ich gucke mir jetzt sofort die Einsatzinfos an. Ich würde nur gerne noch kurz den Ton etwas leiser drehen, weil sonst hört ihr mich, glaube ich, nicht richtig. So. Und dann können wir auch direkt loslegen. Also, M. Ich muss hier hingehen. Okay. Okay. Jetzt geht's rund, Leute. Ich kann so rennen. Ich kann nicht sagen, dass ich gerne mit Pakatari und seinen Rebellen zusammenarbeite. Diese Ideologie führt doch nur zu noch mehr Toten. Was hältst du von der Operation, Nomad? Unterm Strich ist das ein Vergeltungseinsatz. Beeilen wir uns damit, bevor wir zwischen die lokale Politik und den Kugelhagel des Kartells geraten. Erstes Ziel, den Santa Blanca-Leutnant schnappen, damit wir Amaru finden können. Oh, wir können uns auch ein Auto schnappen. Das finde ich gut. Ja, wie man ein Auto fährt, weiß ich. Und ich habe auch schon nachguckt, wie man das Radio ausmacht, weil das ist wichtig. Obwohl das auch unten wieder steht. Das Fahren hier ist aber nicht so einfach. Weil man hat... Hier sind wir noch ein bisschen lauter Tonen. Ich stelle den noch mal ein bisschen leiser. Da kann ich hier irgendwie... Ich mache mal das hier generell so ein bisschen leiser. Also die Sprache kann nämlich lauter bleiben. Ja. So. Nur, dass das Auto nicht so laut ist. Weil ich muss mit dem Mikro wahrscheinlich im Nachhinein sowieso noch ein bisschen lauter machen. Und dann kann ich das regeln. Aber wenn das Auto so laut ist, ist das auch ein bisschen blöd. Dann muss ich die ganze Zeit zwischendrin das neu regeln. Und da habe ich auch nicht so Lust auf einen ungefährten Auto. Finde ich auch gut, dass auf der Map Autos angezeigt werden. Das hier ist anscheinend ein feindliches Auto, weil das ist rot markiert. Was war das denn jetzt? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich versuche mal, da steht jetzt Angriffbefehlen, also dass wir das Auto angreifen können. Aber ich lasse das lieber noch. Ich denke mal, es ist hier vielleicht schlauer, das Ganze lieber schön unauffällig zu machen. Aber die Grafik ist natürlich ultra Hammer, also das ist echt genial. Oh, ihr seht die Map gar nicht. Moment, das ändert echt kurz. Habe ich gerade erst gesehen, dass mir eine Cam da so schön vor ist. So. So ist das besser. Ist das hier so eine Art Tankstelle oder was? Ah ne, eine Gaststätte. So. Das feindliche Auto ist da unten hin abgefahren. Und hier müssen wir hin. Ich parke hier mal schön ein. Jetzt kann ich aussteigen. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer. Okay. Ah, jetzt. Okay. Kann ich auch schleichen. Also, so kann ich kriechen. Ah, die typische Rainbow-Steuerung. Okay. Ja. Sollten sie Y, um eine Drohne zu benutzen. Und B, um ein Fernglas zu verwenden. Okay. Also, B. Dann kann ich... Okay. Der hat ein Funkgerät auf jeden Fall. Nochmal B. Und ich gucke auch vorsichtig mit der Drohne. Wenn ich das ein bisschen lerne. Wenn ich das ein bisschen lerne. Handfeuerwaffe. Das ist ja schon irgendwie im S. Das ist ein Squid Style, ne? Das ist doch eine Flugdrohne. Mit der muss ich auch hoch können. Ah. Okay. Alles ist gut. Also, da steht wirklich nur einer. Und der guckt nicht zu mir. Ja, wie geht es? Das ist ja Y da. Drei. Ich habe einen Schalldämpfer hier drauf. Das ist ein Treffer. Arsch. Sollte jetzt okay sein. Ich habe die Waffe. Die Waffe. Ich habe auf allen einen Schalldämpfer. Das finde ich gut. Verschrecken wir das Ziel nicht. Schalldämpfer drauf. Feinde, passt auf. Ausschau halten nach dem KT-Leutnant. Erkennt Amaru's Aufenthaltsort. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Okay, ich kann nicht zu weit wegfliegen. Okay. Also, jetzt könnte ich wieder eine Drohne benutzen. Sie hat einen Cooldown. Löff daneben. Er will wissen, wo das herkam. So. Da sind nur eine Handvoll Gegner. Gegner getroffen. Der scheint da unten zu sein. Ich mache das hier ganz gechillt. Vor allem, wenn es die erste Mission ist. Aber das scheint... Oh, ich drücke immer Escape. Das scheint der einzige zu sein, der noch übrig ist. Ich habe mich doch erwischt. Ich habe mich doch erwischt. Abschuss. Was war das denn? Wo sehe ich mein Life? Das würde mich gerade interessieren. Das würde mich gerade interessieren. Ich weiß, aber ich weiß, dass es hier ist. Da ist dein in Haus. Da ist nicht einer. Oh, da ist auch noch einer. Okay, ich gehe jetzt noch mal in die Preise. Ich gehe jetzt! Ich gehe hier! Wir haben Verluste! Von wo denn? Wer von denen wurde denn jetzt gekillt? Und warum? Ich bin der Gesang! Ja, er wird es nicht mehr so. Esos weyens ya se pelaron, aquí no hay nada. Seguimos busque y busque y nomás ni un pinche ruido, ni un pinche culero por aquí. A ver qué sale. Quédate quieto. Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieße dir die verdammte Scheiße aus dem Bau. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar. Er ist auf der Atolio Farm. Nur zu? Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen? Leute wie euch! Beeilen wir uns, Leute. Amaru ist ein alter Mann. Der hält der Folter nicht lange stand. Shit, wenn die ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Das Kartell hält ihn am lieben, solange es nicht weiß, was er weiß. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. So. Ich würde sagen, das war's mal von der ersten Folge. Ich nehme jetzt direkt noch eine zweite auf. Und ich hoffe, die schaffe ich auch noch, jetzt bald zu bringen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von solchen Specials haben wollt. Weil das ist jetzt wirklich mega Specials. Das ist eine Close Beta. Da haben nicht viele Leute zu Zugang. Und danke gehen auch nochmal raus an Johannes. Denn durch ihn habe ich diesen Close Beta Zugang dann auch bekommen. Und wir haben da so zusammengearbeitet. Und Yannick übrigens auch. Und ja, dann schaut bei der nächsten Folge vorbei. Tschau. 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 Ich bin jetzt hier ein Blitz, aber es ist ein Blitz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017